Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme von Let's Play Baphomets Flucht der schlafende Drache. In der letzten Folge haben wir von Vernon, in seinem Tresor, einmal das Diagramm gefunden und dann noch eine DVD, die haben wir uns angeguckt. Ja, und ich würde mal sagen, vielleicht können wir jemanden anrufen. Vielleicht sollte ich telefonieren. Ja, rufen wir mal unseren Freundinnen André an. Ich fragte mich, ob André wohl irgendeine Idee hatte. André Lobineau. Hallo André. Gut, dass du dich meldest. Ich habe mir schon Sorgen um dich gemacht. Oh André, du bist süß. Okay, was weißt du über den Werner? Ich habe ein großes Problem, André. Ich brauche dringend deine Hilfe. Erzähl schon. Mal sehen, was sich machen lässt. Der tote... Der Mann, den du interviewen solltest? Genau der. Er hat eine Botschaft auf DVD hinterlassen. Wie schrecklich dramatisch. Eine Stimme aus dem Grab. Das ist kein Witz, André. Auf der DVD sagt er, dass es ihm gelungen sei, das sogenannte Woynich-Manuskript zu entziffern. Und weißt du irgendetwas über den Schlüssel Salomos? Das muss ich selbst sehen. Wir treffen uns bei dir. Gut, jetzt kriegen wir gleich Besuch von André. Schön. Was auch immer geschieht, Mars. Ich liebe dich. Wenn auch nur ein Zehntel davon wahr ist... Davon müssen wir ausgehen, André. Fassen wir zusammen, was er uns gesagt hat. In einem Werk mit dem Titel Woynich-Manuskript wird behauptet, eine uralte Zivilisation habe eine Kraft gekannt, die die Erde selbst durchläuft. Und heute versucht jemand, diese Kraftquelle zu nutzen. Und verursacht dadurch vielleicht Erdbeben. Das merkwürdige Diagramm und ein sogenannter Schlüssel Salomos haben eine bisher unbekannte Bedeutung. Ich habe keine Ahnung, was das Diagramm darstellt. Aber ich weiß etwas über den Schlüssel Salomos. Was schließt er denn auf? Nichts im eigentlichen Sinne. Er ist ein legendäres Buch, das die Weisheiten Salomos enthält. Was gab's da noch? Teufel und Hexen, die am Sabbat mit Kühen tanzen. Angeblich tanzten Teufel und Hexen auf der Ile Saint-Louis. Ein Teil der Insel wurde früher Ile Auvauche genannt. Die Insel der Kühe. Es gibt offenbar eine wichtige Verbindung zur Ile Saint-Louis, wenn wir nur genau wüssten, worin sie besteht. Okay, können wir dem eigentlich mal das Bild noch zeigen? Jetzt nicht. Was könnte das bedeuten, André? Wir müssen ganz methodisch vorgehen. Okay, fangen wir doch erst mal mit dem Diagramm an. Was glaubst du könnte das Muster bedeuten? Es sieht ein bisschen wie eine Spinne aus. André, ich meine es ernst. Ob es vielleicht etwas mit den Kraftlinien zu tun hat, von denen er sprach? Vielleicht überschneiden sich die Kraftlinien hier. Genial, das ist es. Aber hilft uns das weiter? Hm. Ja, vielleicht, wenn wir, wenn wir, wenn wir da rüber rausfinden. Okay, was ist Theatermaske? Glaubst du, die Insel hat irgendetwas mit Theater zu tun? Da musst du nachforschen. Ich weiß genau, wo ich zuerst anrufe. Okay, also wir wissen, dass wir auf jeden Fall anrufen müssen irgendwo. Dann über Salomos Schlüssel. Der Schlüssel Salomos ist ein Buch, sagst du? Ja. Von einigen althebräischen Manuskripten wird sogar behauptet, sie seien das Original. Aber ernsthafte Forscher bezweifeln ihre Echtheit. Vielleicht kann uns das tatsächliche Original weiterhelfen. Okay, und was ist mit Il-Saint-Louis? Was hat die Il-Saint-Louis für eine Bedeutung? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht brauchen wir eine Querverbindung zu einem anderen Indiz. Okay, dann rufen wir jetzt erst einmal an. Telefon. Vielleicht sollte ich telefonieren. Ja, wir rufen mal bei der Zeitung an. Ich sollte mich bei meiner Zeitung melden. Warum auch immer. Aber vielleicht wissen die ja was. La Liberté, guten Tag. Genau, wisst ihr was über die Theatermaske? Ich brauche deine Hilfe. Dafür bin ich da. Vielleicht weißt du das. Du bist doch nebenberuflich Schauspielerin. Hat die Il-Saint-Louis irgendetwas mit Theater zu tun? Es gibt ein altes Theater auf der Insel. Ich kannte Leute, die es vor ein paar Jahren wiedereröffnen wollten. Aber es steht seit fünf Jahren auf der Abrissliste. Hat es einen Namen? Leroglyph. Danke, du hast was gut bei mir. Gut, auflegen. Bis dann. Okay, jetzt müssen wir sicher wieder mit André über das Theater reden. Was könnte das bedeuten, André? Wir müssen ganz methodisch vorgehen. André, weißt du etwas über ein Theater namens Leroglyph? Auf der Il-Saint-Louis? Ja. Nein. Dann werde ich mich dort mal umsehen. Gut, dann gehen wir da jetzt hin. Bleiben wir dann halt am Dings hin. Ich überlegte, ob ich meine Wohnung verlassen sollte. Am Sofa bleiben wir hängen. Ja, ins Theater mit dir. André, ich mache mich auf die Suche nach weiteren Hinweisen. Es ist schon etwas spät, um in einem alten Theater herumzustöbern. Mir passiert schon nichts. Genau, sicher. Typisch. Typisch. Hallo? Kennen Sie mich noch? Ich bin's, Ihr Chef. Ah. Wo zum Teufel haben Sie gesteckt? Im Knast. Warum haben Sie meine Kaution nicht bezahlt? Bin ich Krösus? Ich habe eine neue Aufgabe für Sie. Ich arbeite noch an der Story vom toten Hacker. Ach, das ist ein alter Hut. Ich möchte, dass Sie... Ich will der Sache auf den Grund gehen. Vergessen Sie die Sache! Nein! Jemand will mir da was anhängen. Sie haben keine Wahl, Nico. Nicht in Ihrer Position. Wenn das so ist, kündige ich! Weißt du was? Jetzt geht's mir viel besser. Fragt sich nur, wie du jetzt deine Miete bezahlen und essen willst. Es wird sich schon was ergeben. Du hörst dich an wie dein Freund George. Wir essen einfach nichts mehr. Ganz einfach. Sie müssen es ja nur eine kleine Einzimmer holen. Das Theater sah aus, als sei es seit Jahren verlassen. Ich fragte mich, ob das der richtige Ort war. Um es herauszufinden, musste ich hinein. Ja, also mal gucken, ob wir was sehen. Ich spähte durchs Fenster, aber drinnen war es zu dunkel. Ich sehe hier auch zu. Die Tür war abgeschlossen. Ich konnte sie nicht aufbrechen. Tja, warum denn nicht? Die Tür war in einem üblen Zustand, aber das Schloss war ganz neu. Offenbar benutzte jemand das Gebäude noch. Okay, das darf ich noch nicht. Dann gehen wir nochmal von außen rum. Es muss irgendwie so einen Nebeneingang geben oder irgendwo, wo wir hochklettern können. Die Tür war verschlossen und ließ sich nicht öffnen. Ich konnte die Tür nicht öffnen. Sie war abgeschlossen. Mal schön alle Türen ausprobieren. Okay, dann haben wir hier noch irgendeinen Eingang. Nee, da gibt es nichts. Staufen. Die Tür war verschlossen und ließ sich nicht öffnen. Okay, dann gibt es hier hinten erstmal nichts. Zumindest haben wir nichts entdeckt. Es muss ja nicht heißen, dass es hier nichts gibt. Vielleicht waren wir auch einfach mal zu doof. Dann haben wir hier noch. Nee, die war nicht durch. So, dann haben wir hier noch die Tür. Die Tür war verschlossen. Die Spur hatte hierher geführt. Ich würde nicht einfach aufgeben. Ja, Nico. Hatten wir auch nicht vor. Wir wollten nur gucken, was es da hinten noch so gibt. Wie weit wir laufen können. Also, die Ampel bringt mir doch sehr viel. Ähm. Oh. Oh. Die Tür war abgeschlossen. Ich konnte sie nicht öffnen, wenn ich nicht einen Backstein durchs Fenster werfen wollte. Ich sah die Maske, die die Politesse beschrieben hatte. Ich war am richtigen Ort, keine Frage. Oh je. Jetzt weiß ich schon mal nichts Gutes. Wir werden sicherlich wieder sterben. So wie ich uns kenne. Was ist denn nicht? Mich, äh, was kommen wir da irgendwie? Hoch. Nico, guckst du da irgendwo hoch? Hm. Okay. Vielleicht wo man hier hingeht? Nein. Jetzt. Äh, hoch. Hoch. Dann nehmen wir die Leiter. Glückwunsch so sportlich, Nico. So, dann gehen wir hier rum. Ich bin gespannt, wo wir hier landen. So. Spring. Spring. Und hopp. Weiter, 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 weiter. Ähm, tja. Hier geht nichts weiter. Oh, hier können wir noch eins hoch. Schneller hoch. Oben. So. Nach unten. Zum Glück haben die uns das da hingebaut. Gut, ja. Jetzt müssen wir gucken, wie wir da hochkommen. So. Ich mach kleine oben. Schneller, Nico. Okay. Okay, können wir da irgendwas... Es war ein Risiko, aber ich hatte keine andere Wahl. Tja, ich hatte das Schild losgebunden, aber es geschah nichts. Vielleicht war es unten festgeklemmt? No, ich bin wieder runter. Und da, genau. Da können wir auch nicht. So, gut, wir müssen jetzt den ganzen Wegel wieder zurücklaufen. Na ja. So, hier runter. Lauf, 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 lauf. Okay, wie kommen wir aber da hin? Hm. Der Weg. Hoch. Hoch. Weiter. Nico, brauche ich immer so lang. Oh, du, schneller. Runter. Stell ich hin zu an. Und... Ja, runter mit dir. Nach da hintern, nach da hintern, nach da hintern. Hm. Können wir irgendwie auf die andere Seite rüber? Du bist nicht so hoch für dich, Nico. Vielleicht können wir mal bei den Abgrund springen. Stell ich mal da hin. Ja. Glück bist du so sportlich. So, dann hier hoch. Hopp. Wollen wir die Keh stellen? Gut. Hoch mit dir, Nico. Und... Drehen. Hopp. So, und in der nächsten Folge werden wir dann versuchen, dieses Schild zu befreien. Und tschüss. Gemüse. So, wie gut.